Dead to Docker Saloon gegen Deathslinger ist irgendwie so die Standard-Map, die ich bekomme. Ich habe ein Hedge-Main-Offering gebracht und hoffe einfach mal das Unbreakable, was ich jetzt statt Hope reingenommen habe. Was bringen wir jetzt? Bei der letzten Runde hätte es meinen Arsch gerettet. Aber da habe ich es ja einmal nicht mitgenommen. Mein Fehler. Very sorry. Okay, da werden Direkt-Shots fired. Auf die Fang, guess ich mal. Ruhen. Lady. Lady, bitte mach das nicht. Bitte mach das nicht. Ich gehe vor dir. Tut mir echt leid, Lady, aber ich lasse mich hier jetzt nicht sandbaggen. Sehe ich jetzt nicht. Da sehe ich mich jetzt wirklich nicht. Nee, nee, nee. Ruhen könnte halt schmerzhaftes Todes sein. Oben ist halt Risky gegen Deathslinger, aber... Wir können nicht nur an einem Generator arbeiten, während da zwei Leute gerade Chase bei der Innenschürt hat. Eine schon down hat. Also Ruhen fickt uns halt. Wir müssen Ruhen sehr, sehr, sehr schnell finden. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Sirena. Ja. Nein. Drei. Warte, was? Warte, was? Ey, Fang, du bist ja krass. Das ist der Spieler ever. Das war insane. Das war so fucking insane. Oh mein Gott. Ich hatte zuerst gar keine Worte dafür. Absolut krank des Todes. Der Chase war leider nicht allzu gut von dir, aber holy shit, Kurs geht raus für den Rescue. Oh mein Gott. Crazy shit. Das hat mir wirklich so hart den Arsch gerettet. Nachdem Seriana mich zurücklassen wollte und ich wie den Arsch gespielt habe. Einfach wie so ein straight up Arsch. Lian, willst du mich verarschen? Oh mein Gott. What the fuck, Bro. Aber Lian, willst du mich verarschen? Was? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Clean, die healen sich gerade hoch. Fang, bitte pass auf dich auf. Du bist gerade der einzige Spieler, dem ich trusten kann. Ich weiß nicht wie, aber gut gemacht. Fucking awesome. Ist das wirklich? Ich kann dir nämlich nicht empfehlen, das zu tun. Das kann, das kann helfen. Das ist trusting. Es ist ein guter Time Waste, was wir hier machen. Aber das kann halt komplett easy hätten. Das ist zu weit. Das ist viel, viel, viel zu weit weg, Homie. Okay. Free turn zerstören. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade bei der Wind noch funktioniert. Ich habe keinen Plan. Aber ich halte auch mein Maul. Ich halte auch einfach mein Maul. Das ist, glaube ich, der bestmögliche Plan gerade. Ich brauche Rescue Points. Aber Ruhen wird jetzt hier halt reinficken. Aber ich brauche mehr Rescue Points zu 100%. Nein, nicht direkt hier healen, ne? Das ist hoffentlich klar. Ich würde dir eher eigentlich sogar empfehlen, wo komplett anderes hinzugehen. Okay, du hast off the record, bist deshalb ein bisschen cocky oder so. I don't know. Weil das ist schon ein bisschen risky wirkend. What's saying? Versteht? Ja, nee, ist ja die, ähm, off the record. Vollkommen fine. Muss ich nicht hit tanken. Trotzdem, verrückte Lady. Sehr, sehr verrückte Lady. Der Lian hat anscheinend ähnlich das Sextotum gefunden. Sehr gut, Fang. Solange hier nicht herkommt, bin ich eigentlich zufrieden. Mir hängt gerade ein Haar ins Auge. Mag ich tatsächlich nicht so sehr. Aua, aua, aua. Sie ist so gut, die Fang. Die habe ich so gerne im Team. Ich mag sie. Den Lian mag ich gar nicht. Das ist ein Bot. Das ist ein fucking Bot. What fucking wörtlich. Nee, nee, das hättest du nicht. Ich muss nichts Haar wegmachen. Ich kann es sonst nicht. Komm doch auf die andere Seite der Map, Freundchen. Oder hast du irgendwas gegen die andere Seite, Bro? Gibt es irgendwelche Probleme hier? Das war so ein Wasted Trot. Nein, da muss ich einfach sagen. Tut's있는. Nein, das muss ich nicht gemein. Nee. Und dann schluck ich Adrenalin so hart ich kann. Ich werde Adrenalin so hart runter swallown. Hier über hinten laufen. Straight up genial gespielt von mir natürlich wieder. Kennt man das? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das war es nicht. Das war es nicht. Oh nice. Nice Fang. Awesome. Stressige fucking Situation. Ich bin raus. Ich bin raus. Tut mir leid. Tut mir leid Lien Bot. Sehe ich mich nicht mehr. Bin ich weg. Nicht mal einen Salat. Ehrlich nicht mal einen Salat. Da bin ich raus. Main. Main ist Hedge. Just saying. Main ist fucking Hedge. Willst du den Bot wirklich retten? Ist deine Entscheidung. Ich sag jetzt nicht nein. Das war sehr dumm. Weil andersrum hätte er es geschafft. Er hat einen Normal Detekt und dann mit der Power. Aber okay. Das ist eine Sache. Nicht meiner. Dass ich das in meinem Leben jemals wieder sehen darf. Das ist das größte Heiligtum. Das ist gerade mein größtes Heiligtum. Ich kann das gar nicht fassen. Ich kann das gar nicht fassen. Und Double Reload natürlich auch insane. Oh mein Gott. Das ist gerade mein St aud Punkt. Und éглиbe. Und da bist du? Und da bist du? Untertitelung des ZDF, 2020